Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge in unserer Weinreise. Ich bin Angelina Vogt, die amtierende deutsche Weinkönigin. Ja, und freue mich sehr, dass wir uns heute der Pfalz uns widmen. Und ja, ich freue mich auch, dass ich jetzt wirklich als deutsche Weinkönigin hier die Chance habe, eben alle 13 Weinanbaugebiete mitzurepräsentieren. Das ist nämlich Teil meiner Aufgabe als Weinbotschafterin. Und ja, jetzt möchte ich mal auch den Mann zu meiner Linken begrüßen von Wir Winzer. Erzähl uns doch mal, was hat es denn mit Wir Winzer als Plattform auf sich? Genau, das hast du eigentlich gesagt, dass du als deutsche Weinkönigin die 13 Anbauregion repräsentierst. Bieten wir als Marktplatz allen Weingütern aus den 13 deutschen Anbaugebieten die Möglichkeit an, ihre Weine online bei uns kostenlos zu vermarkten. Das bedeutet, wir sind der größte Marktplatz im deutschsprachigen Raum und bieten eben von kleinen unbekannten Betrieben bis hin eben zu großen Betrieben die Möglichkeit an, ihre Weine bei uns online zu vermarkten und das eben für alle 13 deutsche Anbaugebiete. Deshalb freue ich mich heute mit dir zusammen jetzt drei Weine von drei Betrieben aus der Pfalz zu probieren. Aber bevor wir mit der Verkostung starten, lass uns doch nochmal, glaube ich, ein paar Sätze kurz zur Pfalz besprechen, weil ich glaube oder ich finde, dass die Pfalz ein sehr, sehr spannendes und großes Weinbaugebiet ist. Absolut. Was ist denn deine Meinung zur Pfalz? Was denkst du darüber? Ja, also du hast schon angesprochen, die Pfalz ist das zweitgrößte Anbaugebiet und ich finde, es zieht sich eigentlich durch viele Dinge hindurch. Ich sage immer, die Pfalz ist so das Anbaugebiet der Superlativen. Sie haben das größte Weinfest immer in Bad Dürkheim jedes Jahr. Sie haben das größte Holzfass. Sie haben aber auch zum Beispiel die Deutsche Weinstraße, die sich über 85 Kilometer erstreckt und wir haben natürlich auch eine enorme Rebsortenvielfalt. Und was ich auch sehr spannend finde, die Pfalz ist tatsächlich das größte Riesling-Anbaugebiet der Welt. Ich glaube, mit knapp 5000 Hektar sogar. Das ist ja wirklich sehr, sehr groß. Deswegen haben wir natürlich heute auch einen Riesling dabei. Und das, was du auch gesagt hast, ich finde so gerade diese Offenheit der Pfälzer, der Pelzer, wie man sie ja auch nennt. Das ist ja wirklich mit den ganzen Weinfesten, man hat immer das Gefühl, man ist eingeladen, man kann immer irgendwie zu den Weingütern gehen, kann was probieren. Also das ist wirklich sehr, sehr gastfreundlich. Und deshalb freue ich mich jetzt auch darauf, drei Weine zu probieren. Wir haben drei verschiedene Rebsorten, habe ich mitgenommen. Alles drei. Erstmal grundsätzlich sind es Bio-Betriebe, was ja auch immer schon mal sehr, sehr schön ist. Pfalz hat auch viele Bio- oder Demeter-Betriebe, auch biodynamische Betriebe. Wir haben hier einen Riesling von Stefan Bieteköfer. Das ist tatsächlich einer der größten Demeter-Betriebe in Deutschland. Ich finde ein super spannendes Etikett, was du ja auch schon gesehen hast, mit dem Tiger und einfach ein sehr, sehr eindrucksvolles Etikett. Sehr einprägsam. Definitiv. Es ist ein sehr mineralischer Riesling. Heißt auch Mineral. Dann haben wir hier als zweiten Wein, haben wir aus dem Hause Dr. Werheim. Weißburgunder Kalkstück. Weißburgunder ist einer der wichtigsten Rebsorten für das Weingut. Er erhält auch regelmäßig von den führenden Weinkritikern wie Gourmilieu, Wienum oder Eichelmann gerade für die Weißburgunder immer tolle Auszeichnung. Inzwischen ist Franz Werheim eingestiegen und macht das zusammen mit seinem Vater, leitet er da den Betrieb. Und dann haben wir hier nochmal einen dritten Wein vom Weingut Hahn Pahlke. Ist ein Grauburgunder 300. Wofür steht 300? Für die Höhenmeter, wo die Lagen sind. Und ist ein Verschnitt aus den besten Lagen des Weingutes. Und da hat inzwischen Thomas Pahlke den Betrieb übergenommen. Also auch für mich wieder beispielhaft, was in der Pfalz gerade passiert. Thema modern. Einfach viele jungen Winzer, die da sind. Und wirklich beispielhaft auch einfach die Qualität. Und dann lass uns jetzt mal direkt mit dem Riesling starten. Ja, würde ich doch aussagen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist schon so toll angepriesen. Dankeschön. Ach, das ist jedes Mal aufregend, oder? Wenn man einen neuen Wein im Glas hat. Und ist immer wieder neu. Und ist immer wieder etwas anderes. Ja, es ist immer wieder anders. Andere Aromen, andere Stilistiken. Man freut sich immer wieder die Vielfalt eben der deutschen Weine probieren zu können. Definitiv. Zum Wohl. Da stoßen wir drauf an. Oh ja, echt sehr mineralisch. Oh, wow. Der geht richtig weit hinaus. Und ich finde hier vor allen Dingen, gerade von der Nase her, das, was du angedeutet hast, diese Mineralität. Ich finde, das merkt man auch ganz klar im Geschmack. Ja, total. Aber du hast trotzdem diese typischen Rieslingaromen, diese Pfirsiche, so ein bisschen dieses Reifefrüchte. Ja. Hast aber, finde ich, auch so leichte grüne Noten noch dabei. Ja. Und ist einfach ein unheimlich dichter, komplexer Wein. Total. Und ich finde, der macht unheimlich Spaß. Ja, der macht echt Spaß. Und hat nicht so eine, wie ich auch finde, wie, was typisch auch an der Pfalz oder für die Pfalz ist, hat nicht so eine dominante Säure wie vielleicht die Rieslinge von anderen Regionen. Ja. Und deswegen, glaube ich, sind auch gerade nochmal die Pfälzer Rieslinge einfach sehr, 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 sehr spannend. Definitiv. Doch, gefällt mir unglaublich gut. Eine sehr feine Frucht. Sehr schön. Dann lass uns doch direkt mit dem Weißburgunder weitermachen. Oh ja. Kalkstück Weißburgunder, wie der Name schon sagt. Kalkstück, also Terroir betont. Ist eine der wichtigsten Bödenarten im Hause Werheims. Es ist ein VDP-Wein. Und wie ich finde, die Visitenkarte. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich finde, ich mag dieses, ich mag dieses Kalkig, ich mag dieses Mineralische sehr, sehr gerne in den Wein. Und jetzt freue ich mich auf deine Meinung. Ja. Da riechen wir nochmal rein. Oh wow. Ja, das hat man schon direkt in der Nase. Wahnsinn. Wow. Der hat auch schon wirklich so eine salzige Note. Total spannend. Und aber trotzdem diese Cremigkeit mit dabei. Eine ganz feine Frucht. Also. Ich mag das genau, dass du auch diese Salzigkeit. Ja. Wenn du den Wein runtergeschluckt hast und du hast noch so im Nachgang hast du das noch und du schmeckst so wie jetzt, ob du so ein bisschen irgendwie auf so Salzkristallen oder so drauf beißt und hast sofort Lust auf den zweiten Schluck. Wow. Also finde ich auch einen sehr eleganten, hochwertigen Wein. Ja. Finde ich schön schlank, aber trotzdem hat er einen ordentlichen Körper, aber einfach mit einem moderaten Alkohol. Ja. Das ist ein toller Wein, den Franz Werner hat. Ja, da sieht man mal wieder, was mit Weißburg und da alles möglich ist. Genau. Also eben nicht nur diese, nicht nur diese fetten Weine, sondern wirklich schlanke, hochwertige, filigrane Weine. Sehr, sehr schöne. Sehr, sehr schöner VDP-Gutswein. Absolut. Doch, stimme ich dir vollkommen zu. Toll. Also der ist auch echt zum Essen genial. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Da kann man ziemlich viel mit anstellen. Definitiv. Ja. Prima. Dann lass uns zum letzten Wein gehen. 300 Grauburgunder, wie ich schon gesagt habe. Thomas Pahlke, seit einigen Jahren, den er übernommen hat. Jetzt ein relativ komplexer, cremiger Wein. Verschnitt aus verschiedenen Lagen, das heißt auch unterschiedliche Terroirs miteinander kombiniert. Trotzdem moderat vom Alkohol, also mit zu 11 Prozent, tendenziell eher für einen Grauburgunder, gerade für einen Lagenwein, eher wenig, was ich sehr, sehr angenehm finde. Einfach, weil ich finde, es muss nicht mehr so viel Alkohol sein. Auch ein Bio-Wein und ich finde, für das junge Alter noch, also finde, ich mache da wirklich sehr, sehr schöne und hochwertige Weine. Prost. Zum Wohl. Das ist echt gut angekündigt. Ja, mit der super cremig, sehr, sehr arg präsent. Ich finde, auch so hast du eine richtige Saftigkeit da. Also hast du sofort Lust, es ist sehr, sehr saftig, lang und so eine schöne Frucht, genauso animierend, dass du sofort Lust auf einen zweiten Schluck hast. Trotzdem irgendwie cremig und Strukturen, was gleichzeitig irgendwie so eine schöne Kombination ist und macht, glaube ich, einfach super viel Spaß. Es ist ein sehr, 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 sehr schöner Wein. Und ich glaube, wir haben hier in dem Paket einfach, glaube ich, das, was du gesagt hast, wie viel die Pfalz gerade bietet und auch einfach diese Unterschiede bietet. Ich glaube, das haben wir hier toll in diesem Paket, was es auch für winzer.de zu kaufen gibt. Sieht man das einfach beispielhaft mit dem Riesling, mit dem Weißburgunder und mit dem Grauburgunder noch mal drei unterschiedliche Rebsorten, die alle drei für die Pfalz stehen und gerade zeigen, was die Pfalz für Möglichkeiten bietet. Ja, und ich finde es wirklich, wir haben vorhin mal kurz das Thema Jungwinzer noch angeschnitten und es ist einfach grandios, wie in der Pfalz wirklich da eine Dynamik entstanden ist und diese Jungwinzer sich zusammentun und sich gegenseitig unterstützen, sich nicht als Konkurrenz sehen, sondern wirklich ihre Ressourcen zusammenlegen und gemeinsam eben den pfälzischen Wein voranbringen. Das finde ich auch, also gerade das, was du gesagt hast, den letzten Punkt, dieses zusammen was bewegen. Ich finde, dafür steht die Pfalz einfach. Also gerade, wenn man mit Winzern spricht oder so, dann sind sie abends noch auf Weinproben, verkosten gegenseitig die Weine oftmals auch blinden, geben sich Feedback, probieren irgendwie zusammen die Pfalz nach oben zu heben und qualitativ noch zu verbessern. Und ich finde, das merkt man hier einfach auch. Also irgendwie, dass man als Team auftritt und probiert, gemeinsam die Pfalz voranzutreiben. Und wir haben auch mehrere tausend Weine zum Beispiel aus der Pfalz da. Das ist einfach eine sehr, sehr, sehr große und wichtige Region. Definitiv. Lohnt sich auch sehr, Urlaub zu machen. Das ist noch nicht lange her. Ich habe mich sehr gefreut in der Pfalz. Und wie gesagt, diese Dynamik, die man da erlebt, ist grandios. Das stimmt. Also zum Wohl die Pfalz, oder? Und an der Stelle vielen, vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Und dann, liebe Weinfreunde, viel Spaß beim Verkosten der Weine. Dankeschön. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020